hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die gut und dann starten wir mal das ganze okay da bin ich eine minute da sind wir wieder okay Darf ich mal wieder probieren, alle, alle, und zwar wirklich alle roten Punkte zu sammeln. Oh, mein Geburtsdatum fehlt noch. Ich habe das von mir eingegeben. Ach, zum Monat. Ja, jetzt habe ich es. Oder ist das noch? Oder ist das noch ein Geburtsdatum? Hm, keine Ahnung. Wee, schön. Hottepunkt, äh, vossidea. die rote punkte habe ich schon fertig die rote punkte und taxi wie schön und kostenlos und ein bisschen, oh ich hab schon täglich die Quiste fertig Ich bin hier noch vor. Ich bin hier noch vor. Erschwören. Schwören? Schwören? Und kaufen? Hä? Nicht verkäuflich. Kein Problem, ich werde jetzt ja beschweren. Ach, die Helden. Ich habe keinen Platz mehr für die Helden. Hm? Das geht ja dann auch nicht. Hm. Wie war das? Boah, wie war das gewesen? Hm. Alter, was ja? Wir filtern erstmal auf sie. Erstmal die Toten. Hm, welche sind doppelt? Das war's. Hm. Da habe ich keinen doppelt. Hm. Ah, hier. Schmeiner. Der Schmeiner. Oh ja. Viermal. Zweimal. Das war's. Hm. Die habe ich bestimmt nicht doppelt. Oh doch, eine. Schmeiner. Silly. Jawohl. Blub, 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 blub. Okay. Jetzt waren wir, woran wir gewesen. Okay. Okay. Das klingt ein großer Gefühl. Das ist ja mal nice. Das ist ja mal nice. Hm. Alter. 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 Da war nur ein neuer dabei gewesen. Ich habe, glaube ich, kein anderer. Mal gucken. Doppelt hält ja besser. Meistens. Nicht immer. Und wir sehen hier, meine ganzen Helden nochmal. Schöne viele Helden. Ja. Äh. 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 Spürung. Da mal draufdrücken. Ah, das geht mal wär nicht wie tippig bin. Ah. Dann sieg ihn hier. Schön. Herr. Hier habe ich auch schon. Jürgen habe ich auch schon. Jürgen habe ich auch schon. Die aller hatte ich gerade gehört. So, 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 so. Warte mal, den hatte ich aber noch nicht als 5 Sterne. Doch, auch. Da ist er doch. So, 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 so. So, so, so. So, so, so. So, 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 so. Okay, das ist gut. Noch einmal. Oh, ich kann ja richtig oft. Du, 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 du. Oh, du, 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 du. Du, 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 du. Ich will keinen sein. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wieviel renn, reinkauf. Ich hab ja 11 Melonen. Einmal noch, dann wär ich fertig. $5. $5. $5. $5. $5. $5. $5. In der Wucht. Das war's für heute. Genau, genau. Ähm, was muss ich jetzt noch machen? Ja, das ist cool. Den Skin lasse ich drin. Ja, ja, ja. Halt. Oh, ein neuer ist dabei. Zwei Stück. Ich möchte mal den anderen Skin haben. Der sieht viel schöner aus. Bitteschön. Okay. Auf, äh, tag wieder. Machen wir wieder mit Filter hier. Schau mal, was haben wir hier von... Okay. und 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 auch Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Okay Okay Danik Hm? Und der weg? Waren nur drei Stück? Wo ist der dritte? Ich finde den dritten nicht mehr. Ich muss jetzt für den Väter reinschalten, damit ich den finde. Ach Mensch. Ich bin prallend. Also hier schuldig, bei Toft. Ja. Auch nicht. Und hier. Auch nicht. Und hier. Auch nicht. Und da habe ich den. Hm. I don't know. Vier Plätze habe ich immer noch frei. Ach, den hat ich noch gar nicht gehabt, deswegen. Okay. Ich will aber den haben, das sieht gut aus. Der leuchtet wenigstens. Glitzer, Glitzer, Glitzer. So. Okay. Jetzt haben wir hier alles. Da haben wir alles da. Der Verkehrspunkte. Ähm. Ah. Ich muss erst noch. Noch mal kurz zurückgehen. Zack, zack, zack. Helden, Monster. Monster, Helden, Helden. Hier. Helden. Äh. Ab hier an. Das drunter ist alles vier. Oh. Sehr nice. Ah. Gut. Schön. Und hier. Der letzte. Okay, nur bis 40. Okay. Ähm. Jetzt geht's spiellos. Jetzt erst. Quest abholen. Nichts fertig. Zurück. Die sind jetzt alle an Arbeit. Jetzt. Traverne. Traverne. Traverne-Rama ja gerade. So. So. Traverne-Rama. Traverne-Rama. Jetzt kommt der Baum. Der Baum war zum nächsten Mal. Beschwörung. Da wird hier noch das hier machen. Weil das sind auch für die ich am wenigsten bekomme. so. Ja. Nuller drauf. Was ist das hier für ein Filter? Was passiert hier? Gingen wir einfach mal ... um den hier? Austauschen. Kriegt er auch den anderen? Hm. Gefällt mir nicht. Beschweren. 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 Oh, wieder voll. Alter. 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 Die Nummer. Und. Oh. Salut für die drei. Helden. Beschweren. 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 Und wieder. Alter. Und wieder. Alter. Alter. Du musst weg. Du musst zufrieden. Und du musst weg. Zu weg. Jawohl. Okay. Super. Und hier haben wir zwei Stück. Zug. Ich weiß sie gleich noch. Äh. Ich bin hin und her gerissen. Oh. Zwei neue. Aber. ich möchte den Skimmel wieder haben. Alter. 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 Zilli. Und. Hör. Hör. Gleich schlafe ich ein hier. Ich denke euch geht es auch nicht viel besser. Alter. Geteiltes Leid. Das halbes Leid. Stimmt doch oder? Okay. Was auch. Jetzt. An der Profite haben wir mal. Dann haben wir auch Raden. Laden haben wir auch schon gemacht. Und dann. die Insel. Abel teuer. Besteht die Warte. Besteht das nicht. Starten. 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 Egal. Einfach alle reinsetzen. Ich werde schon können. Kämpfen. Wow, 14 Tage fliegt er jetzt. Er hat das aber eine lange Zeit erkunden. Rausfördern. Schauen wir mal. Oh, die sind die 120. Verloren genug. Die sind ja auch viel besser als dich. Das ist doch sowas von mein. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ach, ich habe 17.000 davon. Schauen wir mal. So, jetzt schauen wir mal. Das ist einer. Das ist einer. Ich weiß, dass der eine... Der. Der. Hm. Das ist ein Zauberer. Ich glaube, der. Hier war noch ein Krieger. Hm. Jetzt brauchen wir die hier. Das ist meine stärkste. Die muss dabei sein einfach. Ähm. Ich habe die hier. Okay. Dort im Kopf haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Was ist denn das? Guck mal hier. Der ist auch noch mal einzeln von den Feuern getrennt. Also ist das auch ein sehr starker Kämpfer. Okay. So sieht es aus, wenn man verliert. Und noch zwei Mal. Und noch zwei Mal. Okay. Geht nicht mehr. Gut. Und. Keine. No. Schon drei Mal verloren. Und hier. Der ist auf jeden Fall einer. Und hier hat er den. Der. Die. Dann nehmen wir die mal mit. Ah. Hier hat er auch einer. Und hier hat er den. Die. Und dann war die hier mit. Und wir nehmen Freiburghut den Kopf. Die hier mit. So viel geschoben, obwohl ich 100 bin und die nur 70, ja, das gibt es ja nicht, das gibt es ja nicht. Okay, kämpfen. Mit einem Schlag bin ich dort. Ei, 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 die Städte. Okay. 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 Sollen wir hier mit fertig. Jetzt gehen wir zum Hektar. Hektar war man ja schon. Da haben wir ja schon alles rausgetan. Einen Wunschbrunnen. Einen Wunschbrunnen haben wir ja auch schon gemacht. Und die Sonne geht erst später. Und die Sonne geht erst später. Und die Sonne geht erst später. Fussieren. Was kann ich denn fussieren? Fussieren. Ich brauche gesehen. Und vier andere Helden mit fünf Sternen. Oh. 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 Das war's für heute. Ähm, Fusion haben wir fertig. Verschwörungskreis. Hm, brauchen wir nicht. Manche müde eigentlich mal Kamera. Da-da-da-da. Okay. Erfolge. Und dann schauen wir hier nochmal nach. Oh, cool. Wie weit komme ich jetzt? Jetzt müsst ihr auch richtig weit kommen. Gut, das war's. Da komme ich doch nicht. Doch nicht richtig weit. Okay, aber das ganze jetzt in der Kampagne drin. Beute. Und... Wir müssen... Ach, 20 war das. Ach, das schaffe ich sowieso nicht mehr. Warte, warte, ich glaube ich habe. Ich werde lieber einen D da drin haben. Ich habe einen. Wow. Nice. Ist ja mega. Ich werde ihn verkraten. Ganz, ganz verwundert. Erstaunt. Das muss ich gleich raus mehr weg. Den muss ich gleich raus mehr weg. Ja gut. Ich denke mal, ich komme hier an dieser Stelle gar nicht weiter. Deswegen werde ich auch hier stehen geblieben. Oh. Ich bin weiter gekommen. Aber... Ich bin so mattig. Den muss ich jetzt erstmal hier. Aufleveln. Mein Held. Du bist mein Held. 1800. Das gibt es auch. 140. Komm ich auch zu meinem, dass ich nicht. Der hat das. Ich muss ihn überlegen. Dann schau ich schon. Mein Geld wird doch immer weniger. Kein Geld mehr. aber das war ein krieger ja mal schauen, der war so schnell tot ja, das ist ein Krieger also kann ich den gleich nach vorne packen dann werde ich den Totenkopf mal da lassen, weil irgendwie das ist richtig gut kämpfen, den lassen wir da, den packen wir rechts und setzen den da rein und jetzt habe ich wieder hier einen gelben, einen grün muss ich jetzt noch reinsetzen, weil der fehlt mir ja noch Totenkopf haben wir einen drin, davon haben wir sogar zwei drin da haben wir drei drin und da haben wir gar keinen drin das ist dann die Frau als Heilerin, das glaube ich war so oh, eine dauernd so 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 aber jetzt so hoffe ich nicht ok ah guck mal da krieg ich keinen Charme mehr hab ihn ausgelöstet ok aber nicht mehr so viel so so noch eine down wiii 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 das war wohl nix dann noch mal schauen geht noch mal schauen geht immer noch nicht aber ich glaube vorhin war hier einer den konnte ich aufnehmen da kann ich nicht warum ist er unter Punkt da wenn ich das nicht kann hm schweinerei noch nicht hm den kann ich nicht ne vier stelle nicht gut dann haben wir das gemacht arena international beitreten nix 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 team beitreten nix nix team beitreten nix 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 Und dann aber... Jetzt mal den hier, den. Und und und. Vorher brauchen wir nicht. Und ja. Dann wird hier. Dann wird hier. Ja, Gold! Ich brauche Gold! Ach, kann ich ja mal vorsprühen hier, ne? Geht's doch schon viel schneller. Und wenn ich überspringe drücke... Das ist doch besser. Hm, das ist doch besser. Zack, zack, zack! Oh! Ei, 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 was ist denn da los? Dann über die hier. Und da... Und da... Wie hier? Mal machst du was springen weg? Kämpfen? Und wieder überspringe ein. Schon wieder jemand gestorben. Warum sterben die denn alle? Überspring aus? Ich möchte nur einmal sehen, wie der kämpft. Deswegen... Da! Ist sie Heilerin, oder? Naja, sie ist gestumpt. Meine Heilerin ist gleich da unten. Nein! Naja, sie ist jetzt übernommen. Uiuiuiui. Naja, sie ist jetzt übernommen. Uiuiuiui. Hier haben wir die. Und... Die kann ich nicht hin. Die ist schon down. Machen wir die. Und... Mh... Eins... Zwei... Drei... Vier... Perfekt. Wie, es geht nochmal los? Ach nee, wirklich? Also... Damit in dem Kopf gibt es da noch einen Tank. Ich glaube, das war's, aber kein Tank. Aber ich denke... Ich komme sowieso nicht mehr viel weiter. Und das ist die Antenne. Ne, war hier. Kriegen wir denn noch die Belohnung? Dann schauen wir mal. Boah. Ein Schlag alle daun. Die sind 345. Hallo? Haben die geschehen? Passt genug? Ein Schlag alle daun. Hm, lustig doch. Ah, was waren da noch gerade gewesen? Arena? Ach so. Zu spät. Ah, jetzt verstehe ich das. Ach so, ach so, ach so. Hm, da kann ich mir die kaufen und die kaufen. Dann hätte ich diese Steine. Freu mich. Gut. Gut, 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 gut. Mission. Alle Missionen fertig heute. Und dann fängt noch das hier. Power. Das. 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 Und wie viel aus? Das. Das. Und. du schafft. Du schafft. Du schafft. Gürtsef. 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 Den Turm haben wir gemacht, die Schmiedel sind auch wieder in der Schmiedel gelandet. Das geht hier ganz schnell. Fertig. Und das war es auch. Gut, dann würde ich mal sagen, das war es schon wieder für heute. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Und ja. Dann beenden wir das Spiel mal kurz. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nochmal nächstes Mal dabei seid. Bis dann, mit euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.